Hallo und herzlich willkommen im Sportclub Optimum. Seit über 19 Jahren sind wir für alle, die gesundheitsorientiert trainieren möchten, da. In Altenkirchen, Hachenburg und Selters sind mein Team und ich für euch dran. Ja, im Optimum steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Trainerteam gibt jeden Tag sein Bestes, um jeden dort abzuholen, wo er ist. Jeder mit seinen Zielen und seinen Wünschen ideal zu bedienen. Und mit dem Vital-Check von CardioScan haben wir da ein wunderbares Werkzeug, wo wir mehr über den Menschen erfahren, wo der Mensch selbst auch mehr über sich erfährt und wir das Training dementsprechend noch besser steuern können. Musik 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 Musik